Glückwunsch zum Sieg für Sie auch. Erste Saisontor im neunten Spiel für einen Torjäger relativ spät oder ist es für so einen alten Hasen komplett unbedeutend? Nein, unbedeutend nicht. Es macht immer Freude, dass Stürmer das Gold schiessen. Das erste von der Saison hat es gemacht für mich. Es ist etwas länger gegangen. Aber in der Regel geht es nach dem ersten einiges einfacher. Dann schauen wir mal, ob das so weitergeht. Es ist das fünfte Sieg in Folge zum vierten Mal mit einem Torunterschied. Man hat so das Gefühl, der Zett ist gut in Form, aber da ist noch Luft nach oben. Ist das eine schwierige Situation für den Rest in der Liga, wenn das noch mehr in die richtige Richtung gehen könnte? Ja, also ich meine, von Anfang an war es ein schwieriges Spiel. Erstens, Lausanne ist ein guter Gegner und zweitens sind wir gestern relativ spät von Davos nach Hause gekommen. Wir haben heute um halb vier Uhr schon wieder gespielt oder viertel vor vier Uhr. Nicht, dass ich da jetzt Excuses suche, aber es ist hart. Und ich meine, solange wir so spielen und gut hinein, ich meine, wenn wir so wenig Goal zulassen, ich meine, die Defensive ist unser Grundstein zum Erfolg. Und das müssen wir sicher beibehalten. Ich denke, wir haben genug Offensiv-Power. Ja, es waren jetzt vielleicht so die ersten neun Spiele, die es waren vorne noch nicht so hinein, aber das kommt dann schon, da bin ich zu aversichtlich. Dann lass uns überraschen. Dankeschön und alles Gute.